Hallo zusammen, wir machen hier heute ein allgemeines Standardvideo zum Thema Cannabis-Flashbacks. Das könnt ihr euch auch in fünf Jahren wahrscheinlich noch gut angucken. Aber wir haben auch einen konkreten Anlass, warum wir das jetzt machen. Wir sind jetzt im September 2024, also ungefähr fünf Monate, nachdem das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist. Das heißt, alle Erwachsenen in Deutschland dürfen jetzt Cannabis besitzen und auch konsumieren, auch in der Öffentlichkeit konsumieren unter bestimmten Bedingungen. Aber eben doch nicht alle, weil die Bundeswehr, also die deutsche Armee-Bundeswehr, hat eine Regelung erlassen, dass Soldaten nicht Cannabis konsumieren dürfen. Das überrascht erstmal bei einer totalen Ungleichbehandlung mit Alkohol. Und das wesentliche Argument dabei ist, dass es Cannabis-Flashbacks geben würde und man will eben mit diesem Verbot vermeiden, dass dann Soldaten plötzlich mitten im Einsatz high werden oder im Panzer sitzen und high werden und dann irgendwie rumballern, wie auch immer, irgendwie dann die Kontrolle verlieren oder so. Deswegen haben wir also eben auch einen ganz konkreten Anlass mit dem Thema Cannabis-Flashbacks zu beschäftigen. Und dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, den Toxikologen Fabian Steinmetz, der uns ein paar Fragen dazu beantworten wird. Hallo Fabian. Hallo Georg, vielen Dank. Ich fange mal ganz allgemein an. Ja, gibt es überhaupt Cannabis-Flashbacks? Was hältst du überhaupt von? Also erstmal müssen wir uns ja mal mit der Begrifflichkeit so ein bisschen nähern, weil Flashbacks gibt es halt schon. Das ist halt ein Begriff, der in der Psychologie genutzt wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel was sehr Traumatisches erlebt und dann gewisse Trigger dazu führen, dass man so gefühlt in dieselbe Situation nochmal kommt. Also beispielsweise, man erfährt einen sexuellen Übergriff und assoziiert irgendeinen Geruch damit und wenn man dann diesen Geruch auf einmal irgendwie Jahre später wahrnimmt, dann kann man so eine Art Flashback bekommen, also so eine Art Panikattacke. Aber deshalb, also nicht sagen, dass es allgemein keine Flashbacks gibt, aber so klassische Drogen-Flashbacks oder Cannabis-Flashbacks gibt es meines Wissens nach nicht. Zumindest gibt es da keinen wissenschaftlichen Konsens. Es gab zwar mal ein paar Wissenschaftler, die das so in den letzten Jahrzehnten mal angesprochen haben, dass es sowas geben könnte, aber man muss dazu sagen, in der Wissenschaft, es ist immer schwierig zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Man kann immer nur zeigen, dass es was gibt und diese Evidenz fehlt. Okay, also es gibt keinen Nachweis wissenschaftlich gesehen, dass es überhaupt keiner des Flashbacks gibt, habe ich jetzt mal daraus gehört. So habe ich das eigentlich auch immer empfunden. Das war mein Stand der Dinge, als ich über diese Bundeswehrgeschichte in den DHV-News berichtet habe und habe das ganz plapsig abgetan als Blödsinn. Aber da haben die Leute natürlich richtigerweise gesagt, das kannst du nicht einfach so jetzt wegwischen, da musst du dich irgendwie mal vernünftig mit Argumenten auseinandersetzen, welche liefern. Auch ein Grund, warum wir dieses Interview machen. Aber was da auch überraschend war, dass ganz viele Leute, oder relativ viele Leute in den Kommentaren dann geschrieben haben, ich habe aber schon mal ein Cannabis-Flashback erlebt. Wie ist das denn dann zu erklären? Ja, also Anekdoten sind immer schwierig. Und gefühlt in Erinnerung von Menschen mag das ja auch wahr sein, aber handelt es sich da wirklich, also pharmakologisch, wissenschaftlich betrachtet um Flashback? Also es gibt auch Anekdoten, gerade in den USA, dass Leute Elvis gesehen haben oder von Aliens entführt worden sind. Ja, das mag gefühlt stimmen, aber wahrscheinlich gibt es, ja, also andere Erklärungen dafür. Und vielleicht können wir einfach mal ein paar von diesen Erklärungen durchgehen. Vielleicht ist dann nach dieser Folge hier, denken dann vielleicht ein paar weniger Menschen, dass die quasi einen Cannabis-Flashback hatten. Also eine Sache ist natürlich, das ist eine sehr seltene Erkrankung, HPPD, Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Das ist was sehr Seltenes und das ist auch eher mit Psychedelika, also LSD, Psellozibin und so weiter assoziiert. Aber in der Literatur gibt es auch eine Handvoll Fälle in Bezug auf Cannabis. Ja, aber wie gesagt, das ist kein relevantes Phänomen und wenn man das hat, ist das eine kontinuierliche Erkrankung. Also das ist jetzt nicht, ich kiffe, nach zwölf Stunden spüre ich nichts mehr und dann auf einmal drei Monate später bin ich plötzlich high. Also HPPD ist eine kontinuierliche Erkrankung, dass man immer irgendwelche Wahrnehmungsstörungen hat oder dass kontinuierlich Wahrnehmungsstörungen getriggert werden. Dann andere Aspekte, wenn es um Differenzialdiagnose geht, also was es sonst sein könnte. Panikattacke, eine Aura von einer Migräne, da hat man auch so Änderungen vom Sichtfeld. Dann Floaters, also diese Glaskörpertrübungen, die man so manchmal sieht, wenn man in den Himmel schaut. Sonnenstich, Déjà-vu, Sekundenschlaf, ein Runner's High oder auch, das darf man auch nicht vergessen, eine versehentliche Einnahme von Cannabis, dass man doch mal vielleicht aus Versehen ein Edible erwischt hat. Gerade wenn jetzt die Leute lockerer auch mit Edibles bei sich in der Küche, in der WG hantieren, dass man doch mal den falschen Brownie hat. Nicht so viel, um bombenhalt zu sein, aber so, um vielleicht ein Flashback irgendwie denkt zu haben. Aber wie gesagt, das sind alles eigentlich Fälle, die quasi nicht einem Cannabis-Flashback entsprechen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also bevor ich vielleicht erst mal Cannabis konsumiert habe, habe ich vielleicht auch mal so, kann ich grob erinnern, so Zustände gehabt, bei besonderer Müdigkeit oder so, dass auf einmal Farben halt intensiver waren als normal. Da habe ich wahrscheinlich einfach gedacht, oh, ich sehe gerade farbenintensiver als normal. Wenn ich vorher schon mal Cannabis konsumiert hätte, hätte ich gesagt, oh, ist ja Cannabis-Flashback, so in der Art irgendwie. Wie ist das denn bei anderen Substanzen jetzt? Warum wird das überhaupt nur bei Cannabis diskutiert? Was ist denn mit Alkohol, Nikotin, was weiß ich, alle möglichen anderen psychoaktiven Substanzen? Und das ist mit ein Grund, warum ich das als Wissenschaftler auch relativ wenig ernst nehme. Weil, wie gesagt, bei Alkohol, Koffein, Nikotin, da spricht keiner darüber. Das spielt auch keine Rolle, so in der generellen Risikoabwägung. Wenn es wirklich so wäre, dass von Substanzen, die man irgendwie nimmt, es wirklich plötzlich sein kann, dass man Wochen oder Monate später einen starken Effekt hat, dann dürfte ja niemand mehr Auto fahren, der bei einer Operation mal eine Narkose hatte. Ja, schon mal vor, auf einmal hätte man die Wirkung, sei es auch nur von einer Viertelnarkose, plötzlich während dem Auto fahren. Das gibt es nicht. Aber dann gibt es natürlich das Argument, dass THC wegen den besonderen Eigenschaften irgendwie eher dazu neigt. Und da muss man einfach sagen, ja, aber es gibt auch zig andere Wirkstoffe, darunter auch Anästhetiker, die ich gerade angesprochen habe. Also was man während der Operationen gibt. Die haben ähnliche physikochemische Eigenschaften. Das heißt, die sind ähnlich fettlöslich wie THC. Beispielsweise das Psychopharmaka Chlorpromazin hat im Prinzip dieselbe Fettlösigkeit. Dort würde niemand auf die Idee kommen, dass man davon auf einmal ein Flashback bekommt und dann plötzlich schlagartig irgendwie müde und desinteressiert wird oder nur dann halt quasi eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellt. Oder nicht ganz so fettlöslich, aber dafür viel potenter. Fentanyl. Das wird ja in der Medizin genutzt. Und die Dosen, die man ja braucht für eine Beeinträchtigung, sind ja extrem niedrig. Das heißt, wenn man ein paar Wochen mal als Schmerzmittel Fentanyl hatte, dürfte man ja dann auch irgendwie nie wieder Auto fahren. Und alleine, dass das überhaupt nicht in der Debatte vorkommt, also dass man quasi immer nur über Cannabis spricht, das zeigt halt schon, dass es schon eher so um so Anti-Cannabis-Kampagnen geht als um wirkliche Wissenschaft. Ja, das ist ein guter Punkt. Zum Thema Fettgewebe würde ich noch mal ein bisschen detaillierter vielleicht mal nachfragen, weil das ja auch eine relativ allgemein bekannte Sache ist, jedenfalls unter Cannabiskonsumenten, als der Grund bekannt ist, warum immer so ein paar Nanogramm THC bei regelmäßigen Konsumenten im Blut rumlogern, was ja bei dem einen Nanogramm-Grenzwert, den wir bis vor kurzem hatten, auch wirklich relevant war, dass Leute eben nüchtern waren, aber eben noch THC im Blut hatten, weil das sich im Fettgewebe gespeichert hatte und dann so nach und nach da wieder rauskommt und dann immer für so ein paar wenige Nanogramm im Blut sorgt. Jetzt kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht ein bisschen mehr rauskommt. Ja, was weiß ich, wenn die Leute fasten, das kommt zum Beispiel schon mal. Also kommt ja THC aus dem Fettgewebe ins Blut. In dem Fall, da wissen wir das ja jedenfalls. Bei Narkosemitteln keine Ahnung, ja, weil Cannabis weiß das aus dem Führerscheinbereich. Vielleicht dann deswegen nochmal konkret dazu, zu dem Thema THC aus dem Fettgewebe und die Nanogramms, die da an THC im Blut dann doch landen. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also Cannabinoide wie THC und deren Metabolite werden vom Fettgewebe aufgenommen und auch wieder abgegeben. Das stimmt erstmal so. Und man weiß auch Mechanismen, die das irgendwie fördern. Also auch bei Tierversuchen, wo man dann Nagetiere so ein bisschen Hunger angelassen hat, hat man dann auch gemerkt, dass während dem Fett aber auch quasi mehr THC freigesetzt wird und so weiter. Aber die Frage ist, um welche Blutkonzentrationen geht da. Unter anderem auch durch eure Führerscheinkampagne habe ich da ja auch ein paar Werte. Und das sind halt, wie gesagt, bei vielen Leuten, die sich überhaupt melden zu dem Thema, bei denen wurden dann zwei, drei, vielleicht auch mal vier oder fünf Nanogramm pro Milliliter festgestellt. Und das sind wirklich die Extrembeispiele. Aber ein akuter Rausch, das sind normalerweise zweistellige, teilweise sogar dreistellige Nanogramm pro Milliliter im Serum-Werte. Und man wird bei drei oder vier oder fünf Nanogramm pro Milliliter im Serum, wird man halt keine signifikanten Effekte haben. Also wir haben ja gerade im Kontext der Führerschein-Debatte ja auch gerade damit argumentiert, dass man eigentlich auch hätte locker bis fünf oder bis zehn Nanogramm pro Milliliter hochgehen können, weil man auch dann in der Regel total nüchtern ist. Das heißt, wenn wir über Effekte reden, die so ausgelöst werden, dann reden wir über marginale Werte, die wahrscheinlich in klinischen Tests, also wo man wirklich die Performance von Leuten misst oder so, überhaupt nicht nachweisbar sind. Und mir ist ein einziger Fall bekannt, wo angeblich sechs Nanogramm pro Milliliter festgestellt worden sind bei einer Person, die angeblich eine lange Abstinenz hatte. Und dann also wirklich, ich glaube, Wochen oder Monate lagen dazwischen. Und da war es so, dass die Person aber auch einer Gewalttat bezichtigt wurde. Also es war ein Gerichtsprozess in dem Frankophon-Teil der Schweiz. Und dort, deswegen konnte ich auch nur den Abstract lesen, weil das war französisch. Aber da war es halt so, da ging es um eine Schutzbehauptung. Das heißt, die Person, die Beschuldigte hat halt einen Grund gesucht, der Strafmildern sucht. Deshalb, ja, ich sage mal, sechs Nanogramm sind gerade so noch glaubwürdig, aber in der Regel ist es deutlich geringer. Und wie gesagt, man müsste deutlich über zehn sein oder ja, vielleicht sogar über 20, um einen Effekt zu haben, den man mit einem Flashback assoziiert. Also, dass man wirklich einen Echo-Rausch hat, dass man nochmal einen Rausch hat. Und das hat man halt bei unter zehn Nanogramm pro Milliliter eigentlich nicht. Genau, und darüber kommt man nicht, weil so viel wird niemals aus dem Fettgewebe auf einmal rausgeschwemmt. Den kann man, egal, was man tut, so ungefähr. Ja, gut. Ich denke, damit sind wir jetzt so mit den ganzen Details soweit durch. Dann vielleicht nochmal kurz zum Anfang, da kannst du hier nochmal abrunden Richtung, was hältst du denn jetzt davon, wenn die Bundeswehr sagt, die Soldaten sollen in der Freizeit nicht konsumieren? Ja, ich würde dann auch die Gegenfrage stellen, dürfen die auch nicht operiert werden, wenn die da irgendwie eine schwere Erkrankung haben oder einen Beinbruch oder so? Sind sie nach einmal Operation mit einem Narkotikum, dürfen die dann nie wieder im Dienst antreten? Ja, also ohne Evidenz finde ich das einfach nur massiv übergriffig. Also, das sind meiner Meinung nach unbegründete Ängste. Und auch wenn es dieses extrem geringe Risiko gibt, dann ist es trotzdem so niedrig, dass es vertretbar ist. Das heißt, wie ein plötzlicher Schlaganfall bei einem jungen Mann oder vom Blitz getroffen werden, was weiß ich. Und eigentlich, ich sag mal, seit dem Ende der 90er, Kleiber und Covar, den Gutachten, soll es eigentlich klar sein. Die haben sich ja auch nochmal bewusst damit beschäftigt und haben auch eigentlich klargestellt, dass es diesen Effekt, so wie er dargestellt wird, nicht gibt. Und spannenderweise auch die Capris-Studie, die ja, ich sag mal, Cannabis definitiv nicht beschönt hat und einige Jahre später rauskam, haben in keinem Wort einen Flashback-Effekt erwähnt. Also eigentlich ist das Thema vorbei. Eigentlich wundere ich mich, dass das überhaupt als Argument genutzt wird. Okay, ja, vielen Dank bis hierher. Ich denke, damit sind wir ausreichend informiert. Danke, Fabian. Und für euch, lasst euch nicht erzählen, dass es Flashbacks gibt. Ja, wir haben uns hier nochmal festgestellt, ein voller Rauschzustand durch irgendwie eine plötzliche THC-Abgabe aus dem Fettgewebe oder sonst woher gibt es nicht. Und insofern auch, ja, liebe Bundeswehr, lasst eure Soldaten in der Freizeit kiffen. Sonst ist das eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und Diskriminierung gegenüber Alkoholkonsumenten und wird auch dazu führen, dass ihr Schwierigkeiten haben werdet, überhaupt noch Rekruten zu finden, weil das ja auch bedeuten würde, ein lebenslanges Cannabiskonsumverbot für Soldaten. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020